Herzlich Willkommen zum Modul E, Artefakte erstellen. Was ist ein Artefakt? Artefakt, das kann ein Text sein, das kann eine Abbildung sein, ein Schaubild, ein Mindmap. Es geht darum, dass Sie anfangen etwas zu schreiben, zu gestalten und dabei unterstützen Sie Ihren Lernprozess. Wie geht das? Schauen wir mal hin, was Frau Cottrell dazu schreibt. Es gibt so bestimmte Tricks zum Loslegen. Man sollte zum einen sich eine Fragesammlung aufbauen zu einem Thema. Also wo man einfach die Frage stellt, was, worum geht es, wo wird etwas angewandt, wann macht man etwas, warum macht man etwas, wann geschah etwas, wo geschah etwas und so weiter und so fort. Einfach sich Fragen sammeln, die man zu einem Thema hat. Ganz wichtig sind meiner Meinung nach Zusammenfassungen. Schreiben Sie Zusammenfassungen von den Themen. Und das auch, also gerade bei Fächern, wo es um Wissenswiedergabe geht, immer wieder Zusammenfassungen schreiben und die dann ab einem bestimmten Punkt dann auch einfach aus dem Gedächtnis schreiben. Textverarbeitung ermöglicht Ihnen Texte zu schreiben zu einem Thema und die nachher zu bearbeiten. Das heißt Dinge aufzuschneiden, umzustrukturieren und gegebenenfalls auszudrücken mit anderen Austauschen. Und später werden wir nochmal sehen, wie man das zusammen mit anderen schreibt. Listen sind auch immer gut. Das haben wir schon bei Remember the Milk zum Beispiel gesehen. Das können ja auch Aufgabenlisten. Und Listen haben den großen Vorteil, dass man einfach erstmal etwas herunterschreiben kann und dann nachher sortieren kann. Wenn man eine neue Idee entwickeln will, dann gibt es verschiedene Formen des Brainstorming. Hier geht es vor allem um das Schreiben. Das heißt man brainstormt erstmal alleine und dafür kann man zum einen freies Assoziieren verwenden. Man nimmt einen Begriff und schreibt den nächsten Begriff, den einem dazu einfällt. Das wird dann häufig auch genutzt, um sogenannte Mindmaps zu erstellen. Oder beim freien Schreiben schreibt man einfach los, was man einfach zu diesem Thema, was einem einfällt. Alternativ dazu kann man auch sprechen. Sprechen, einfach mal laut über eine Sache sprechen. Beziehungsweise man kann auch zum Beispiel beim Joggen über eine Sache nachdenken. Sie müssen es nur danach dann wieder festhalten. Beim Sprechen kann man sich auch selber aufnehmen und sich das nachher nochmal anhören. Man hat mal tolle Ideen und nachher sagt man verflixt, ich hatte doch gerade eine sehr gute Idee. Oder man diskutiert mit anderen. So kann man also loslegen. Das größte Problem eigentlich beim Schreiben häufig ist ja, dass manche Leute sagen, sie hätten eine Art Schreibblockade. Dafür gibt es aber natürlich auch wieder Möglichkeiten sich das zu überwinden. Und ganz wichtig meiner Meinung nach ist beim Schreiben, dass sie einfach loslegen. Scribbeln, also schreiben sie einfach ihre Ideen auf einem Blatt, ganz ungeordnet, einfach irgendwo drauf. Schreiben sie auf loses Papier, nehmen sie was dazu. So können sie nachher Dinge nochmal dazwischenordnen, umordnen. Sie sollten auf alle Fälle sich nicht von Fehlern irgendwie irritieren lassen, sondern tatsächlich sagen, es ist nur für ihre Augen. Experimentieren irgendwo anfangen zu schreiben und dann anfangen vielleicht das Papier zu markieren. Müssen sie dann vielleicht einmal durchnummerieren oder Überschriften drauf tun, um nachher Dinge noch zu sammeln. Computer kann man nutzen, um zum Beispiel zu brainstormen, Dinge festzuhalten oder auch sich Strukturen aufzubauen. Also hier zum Beispiel sehen wir einen Hinweis auf Software-Bubbler. Und natürlich, ganz wichtig, auch so ein Relax nicht vergessen. Ich habe vorhin schon das Joggen erwähnt. Zwischendurch mal ein bisschen Sport machen und ein bisschen einfach mal was anderes machen. Dann kriegt man auch wieder gute Ideen, um die Schreibblockade zu überwinden. Gerade bei schriftlichen Aufgaben kann man so ein paar Schritte abarbeiten. Also das erste Wichtigste ist natürlich immer die Aufgabe abzuklären. Das heißt, Sie schauen sich an, wie ist die Aufgabe gestellt worden, was für Fragen haben Sie dazu. Zögern Sie nicht, den Dozenten nochmal nachzufragen, was genau gemacht werden soll. Lesen Sie sich dazu vor allem auch die Unterlagen gut durch. Und schauen Sie die Aufgabenstellung an, was da gefordert worden ist. Und dann können Sie anfangen zum Thema Brainstorming zu machen oder erstmal ein Schaubild zu machen. um zu gucken, was Sie vielleicht bereits wissen. Und so dass Sie auch vielleicht so ein Wissenslücken irgendwie schon mal die ersten klären, damit Sie wissen, was Sie lesen oder herausfinden müssen. Als nächsten Punkt geht es dann um die Informationen sammeln. Dabei sollen Sie, ein bisschen wederwescheinig, einfach immer die ersten zwei Treffer auf Google nehmen, sondern tatsächlich nach Antworten suchen zu Ihren Fragen, also die dann auch speziell genug sind. Und bei jeder Information, die Sie sehen, sollten Sie sich fragen, brauche ich jetzt diese Information? Und wie will ich diese Information nutzen? Im Internet gibt es sehr viel. Wir haben uns schon in den vorangegangenen Episoden damit beschäftigt. Modul C Informationen sammeln. Da sollten Sie nochmal reinschauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich notieren, wo Sie Ideen und Informationen gefunden haben, dass Sie gegebenenfalls nachher nochmal reinschauen können und zusätzliche Informationen dort suchen. Jetzt sollten Sie organisieren und planen. Hier sieht man sehr schön einen Jahresplan. Da ist so ein bisschen festgelegt, wann kann ich arbeiten, wann kann ich nicht arbeiten. Das ist schon so im Grunde der Jahresurlaub eingebaut. Und dann wird geplant. Wenn man wirklich jetzt ein längeres Projekt hat, dann kann man hier sehen, wann mache ich was. Da haben wir uns auch schon mit beschäftigt, mit so Dingen wie Projektplanung. Sie sollten sich auf alle Fälle einen Plan machen, wie Sie vorgehen wollen. und machen Sie erstmal einen großen Plan, damit Sie erstmal wissen, worum geht es insgesamt. Und das kann man dann klein brechen. Also gerade bei großen Abschlussarbeiten, Bachelor, Master Thesis, aber auch bei einer Praktikumsplanung etc. Und da kann man sich immer wieder orientieren. Wo bin ich eigentlich? Was mache ich? Stecke ich zu viel Zeit momentan in eine Sache rein, die schon fertig sein müsste? Und bringt das überhaupt noch was, da jetzt mehr Zeit reinzustecken? Da können Sie also nochmal in die Episode 2 und 3 im Modul B erfolgreich studieren reinschauen. Das sorgfältige Plan hilft Ihnen dabei, vor allem Wiederholungen zu vermeiden, die Materialien zu organisieren und die Gedanken zu ordnen. Sie wissen halt immer, was Sie eigentlich jetzt momentan machen und machen wollen und können damit arbeiten. Nächster Punkt, erfassen, reflektieren, evaluieren. Da hat man viel, viel angeordnet und da haben wir auch im Modul Wissen verarbeiten D, Modul D Wissen verarbeiten schon mit dran gearbeitet. Und ich frage, okay, was haben Sie herausgefunden? Hat sich vielleicht auch Ihr Standpunkt geändert über das, was Sie dort gelesen haben? Kann man die Argumente, die man hat, auch untermauern? Das ist sehr wichtig in wissenschaftlichen Arbeiten. Haben Sie genügend Literaturstellen, Beispiele für die Aussagen, die Sie machen wollen? Und welche Argumente stehen eigentlich Ihrer Sichtweise gegenüber? Da muss man dann schauen, wie man das aufgreift und gegebenenfalls muss man auch ein bisschen mehr Informationen sammeln und Dinge lesen. Dann starten wir eine Grobgliederung. Grob bedeutet, wie es schon so schön heißt, erstmal im Überblick und später fängt man dann an, die Grobgliederung zu verfeineln. Sie sollten den Entwurf einfach erstmal ganz schnell runterschreiben und dann anfangen, das zu überarbeiten. Gut ist zum Beispiel auch, tatsächlich zu den einzelnen Punkten sich ungefähr eine Vorstellung zu erarbeiten, wie viele Seiten dafür da sind. Sie sollten sich anschauen, wie viele Seiten kann ich insgesamt schreiben und wie verteile ich meine Seiten darauf. Das hilft Ihnen später dann auch abzuschätzen, wie viel Zeit Sie wofür brauchen und auch während des Schreibens, dass Sie merken, ich habe jetzt hier schon 15 Seiten geschrieben, ich kann aber eigentlich hier nur 10 Seiten schreiben. Das heißt, Sie müssen es zusammenfassen und klein machen. Dann kann man den Entwurf weiterentwickeln und das muss man sicherlich immer wieder überarbeiten. Ich vergleiche das immer mit dem Malen von einem Bild. Wenn Sie es schon mal vielleicht gesehen haben, wie ein professioneller Maler ein Bild malt, der fängt an mit ein paar Beischriftstrichen, wo er erstmal die Grundstruktur auflegt und dann fängt er mit Schicht für Schicht, legte das darüber. Und so schreibe ich zum Beispiel auch Artikel. Also ich schreibe den Artikel und gehe dann immer wieder drüber und arbeite ihn aus. Das heißt, niemand schreibt einen Artikel einfach aus einem Stück und hat dann die fertigen Formulierungen, sondern das überarbeitet man immer wieder. Man liest auch wieder seinen Text und denkt darüber nach, spricht vielleicht mit jemand anders und überarbeitet es dann wieder. Deswegen ist es auch ganz hilfreich, ein Gerät zu haben, wo Sie Audioaufnahmen machen können, weil dann können Sie den Text durchlesen und Dinge, die Ihnen auffallen, kurz mal reinsprechen in ein Audiogerät oder in Ihr Computer aufnehmen und das dann nachher ordentlich abarbeiten. Ja, und wenn Sie dann so ziemlich weit voran sind, dann vor allem korrigieren Sie die finale Version. Und dieses Feintuning, das kann man genießen, wenn man es von der Zeitplanung so ein bisschen geschafft hat, das nicht innerhalb der letzten zwei Stunden nachts vor der Abgabe zu machen. Sie sollten auf alle Fälle den Text sicher auch mal laut vorlesen, um das zu testen, ob das überhaupt verständlich ist. Und prinzipiell muss man wirklich sagen, man muss den Text so lange umschreiben und überarbeiten, bis man damit zufrieden ist. Wenn man sich mal anschaut, wie Profis das machen, dann geht es immer wieder darum um Umschreiben. Das heißt, das, was Sie am Anfang vielleicht erst final gefunden haben, ist noch gar nicht final. Und hier sieht man so verschiedene Umschreiben-Möglichkeiten. Also einmal geschriebenes Füllen. Man kann einen geschriebenen Abschnitt nehmen und dann schreibt man ein paar weitere Details dazu. Man hat irgendwas gehört und sagt, das ist noch ein Thema, was da mit hinein soll. Das schreiben Sie einfach als Stichworte hinein. Und später fangen Sie dann an, das Geschriebene dann aufzufüllen. Eine weitere Möglichkeit, wenn Ihnen was noch nicht so richtig gefällt ist, dass man neue Ideen einbringt, dass man mit dem Geschriebenen sozusagen herumspielt, indem man zum Beispiel Reihenfolge von Sätzen oder Absätzen ändert, wenn man merkt, das funktioniert noch nicht so ganz von dem Gedankenfluss. Einige Wörter, die vielleicht nicht stimmen oder nicht passen, was man rausnimmt, ändert, mehr Details einführt, vielleicht Fragen einbaut, um den Leser besser zu führen und gegebenenfalls auch andere Sichtweisen mit aufnimmt. Und eine dritte Möglichkeit zum Umschreiben ist das Material organisieren. Auch da nehmen Sie wieder einen Abschnitt, lesen ihn durch und unterstreichen verschiedene Ideen mit verschiedenen Farben. und dann am Ende schauen Sie mal, wie häufig sich die Farbe geändert hat und dann sieht man manchmal, dass man sehr schnell zwischen immer verschiedenen Ideen gesprungen ist. Und es ist schwierig für den Leser, es ist besser tatsächlich bei einer Idee zu bleiben, dann die nächste Idee und dann die dritte Idee vielleicht zu präsentieren und das dann später im Rahmen von einer Tabelle oder so dann gegeneinander abzugrenzen. Es gibt viele, viele Werkzeuge, um Text und Bilder zu erstellen. Hier haben wir ein paar aufgeschrieben, es gibt ein paar Links wieder. EwaPad ist eine Möglichkeit, Texte online zu schreiben, genauso wie Soho. Das sind Pixlr und Picnic sind zwei Anwendungen, um Bilder online zu bearbeiten. Mindmeister ist eine Anwendung, um Mindmaps zu erstellen. Burblast ist ein bisschen wie Mindmeister. Es geht auch darum, Mindmaps zu erstellen als Brainstorming-Tool. Gliffy ist eine Anwendung, mit der man Abbildungen machen kann. Und Google Texte und Tabellen ist ein Angebot von Google, mit dem Sie auch wiederum Texte erstellen können, Präsentationen, aber auch Tabellenkalkulationen und Abbildungen. Wir werden hier ein paar Links reinstellen, damit Sie sich die Sachen anschauen können. Wenn man sich jetzt mal eine anschauen will, wenn Sie auf Docs Google gehen, und wenn Sie einen Google Account haben, dann sehen Sie hier verschiedene Dokumente. Verschiedene Dokumentenarten, auch Texte, Tabellenkalkulationen, PDFs kann man auch hochladen. Und das Interessante ist, dass man diese Dokumente auch untereinander austauschen kann oder miteinander arbeiten kann. Hier sieht man, was man erstellen kann. Zum Beispiel eine Dokumentpräsentation, eine Tabellenkalkulation, ein Formular oder eine Zeichnung. Wenn ich jetzt mal ein neues Dokument eröffne, sehen Sie, das sieht aus wie eine normale Tabellenkalkulation, wo Sie was reinschreiben können. Das Interessante ist, dass man das Ganze dann auch hier mit anderen Personen teilen kann. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Thomas Bernhard mit dazu nehmen und können sagen, der kann es entweder nur anschauen oder auch mitarbeiten. Und dann tue ich den mal hier mit hinein und jetzt darf der hier auch mit dran arbeiten. Und so kann man dann die Dinge, die man schreibt, gegebenenfalls auch einer Kommilitonin oder einem Kommilitonen zum Anschauen schicken. Und die können auch Kommentare hineinschreiben. Mit Instagram zum Beispiel Comment kann man hier dann was reinschreiben. Okay, soviel zu den Tools. Links wie immer gibt es auf der eStudy Homepage. Ansonsten gibt es noch einen weiteren Punkt, das ist so ein bisschen ein Add-on heute. Das Thema nämlich, dass man auch Audio und Video erstellen kann. Bisher waren wir sehr textlastig oder abbildungslastig. Mittlerweile im Netz wird natürlich auch sehr viel Audio und Video zur Verfügung gestellt. Mittlerweile werden mehr Videos auf YouTube geschaut als Google Suchanfragen gestellt. Und ein Teilbereich davon ist das sogenannte Podcasting. Da produziert und veröffentlicht man Audio- und Videodateien. Ähnlich wie bei einem Blog, wie wir das schon gemacht haben, so wie sie das machen. Nur, dass man dort keine Texte schreibt, sondern Audio- oder Videodateien erstellt. Das Wort kommt von dem Begriff iPod, von dem Hersteller Apple, ein MP3-Player. Und Broadcast ist das englische Wort für den Rundfunk. Und dann nimmt man Podcast-Kombination. Man erstellt diese Audio- oder Videodateien und kann sie abonnieren mit seinem MP3-Player und kriegt die dann immer wieder automatisch auf sein mobiles Endgerät und kann sie sich dann dort anschauen. Insofern, eigentlich könnte man sagen, ein Podcast ist so ein bisschen wie ein Audio-Video-Blog. Das sieht man auch hier beim Bestandteil vom Podcast. Im Endeffekt sind die sieben Bestandteile eines Weblogs, die wir schon kennen. Also eine umgekehrt chronologische Reihenfolge. Es gibt einen Permalink. Es gibt die Möglichkeit zu Kommentaren. Es gibt Pingbacks, die zeigen, dass dieser Podcast von jemand anders verlinkt worden ist. Eine Sidebar, wo man Zusatzinformationen macht. Etc. Seiten Subjektivität, wie wir es erarbeitet haben. Aber es werden halt zusätzlich Mediendateien zum Download bereitgestellt. Und die können häufig auch auf der Website abgespielt werden, wenn man auf die Website geht, wenn man dort hingeht. Aber sie kann man halt runterladen auf seinen MP3-Player und dann, wenn man in der Straßenbahn sitzt, sich das anhört. Arten von Podcasts. Gut, man kann einmal unterscheiden nach Distributionsformen. Sind das eher Audio-Podcasts. Das sind dann Hörbeiträge. Da gibt es dann zwischendurch noch vielleicht ein paar Jingles, Musikeffekte. Oder ist es eher ein Video, wo die auditive Inhalte mit einem eigenen Gesicht oder einer Präsentation unterschützt werden. Das können persönliche Webcam-Aufzeichnungen oder Interviews sein. Das können aber sowas wie hier zum Beispiel ein Screencast zum Aufzeichnen des Bildshops sein. Man kann unterscheiden nach Periodizität. Täglich ist schon sehr aufwendig. Meistens eher mehrmals jährlich. Auch wir sind hier so ein bisschen an der Kapazität mit unserer Produktionskapazität. Alle zwei Wochen. Man kann nach Quellen unterscheiden. Es gibt nämlich private Podcasts, die mit einfacher technischer Ausstattung erstellt werden. Dann gibt es sehr professionelle Audio-Video-Podcasts mittlerweile auch von eigentlich professionellen Journalisten. Und dann gibt es vielleicht irgendwas dazwischen auch. Semi-Professionelle. Würde ich dann auch nochmal unterscheiden wollen. Man kann die Podcasts entweder komplett eigenständig bereitstellen, zum Beispiel in iTunes. Oder man tut die innerhalb eines Weblogs als Teil der Website und bereichert damit eigentlich die textuellen Inhalte, die es dort gibt. Man kann den Podcast als Teil von der persönlichen Lernumgebung verstehen, indem man nämlich im Grunde sein Lernjournal spricht. Und ja, auch da hat man wieder eine persönliche Wissensdatenbank und all das, was alles zur persönlichen Lernumgebung gehört. Nur, dass man halt mehr mit Audio und Video macht. Also man kann sich sehr gut vorstellen, wenn Sie ein Praktikum machen oder wenn Sie tatsächlich ein Experiment vorbereiten für Ihre Thesis, dass Sie das dann per Video dokumentieren. Und das ist dann sicherlich eine sehr schöne Dokumentation dessen, was Sie dort gemacht haben. Ja, hier sieht man nochmal so ein bisschen, wie tatsächlich man so einen Podcast erstellt. Die Alice nimmt auf. Das gibt eine Audiodatei, die wird konvertiert in einen MP3-File und die wird eingebunden in so einen RSS-Dienst, so dass andere und veröffentlicht das dann über das Internet und lädt auch die MP3-File hoch. Das wird hier meistens dann, es gibt Software, die das komplett macht. Hier zum Beispiel wird es eingebunden dann auf Ihrer Blog. Und im Internet kommt dann zum Beispiel der Bob, der sucht was nach so einem bestimmten Thema. Und das bietet scheinbar Alice an und dann lädt er das herunter. Es wird überspielt auf den MP3-Player und dann kann Bob das hören. Ihr könnt es natürlich auch gleich auf seinem Desktop hören, aber das ist dann nicht mehr so schön mobil. Wie erstellt man einen Podcast? Man kann tatsächlich ein richtiges eigenes Programm dazu nutzen. Man nimmt was auf, also zum Beispiel mit Audacity und gibt noch ein paar andere Produkte, die je nachdem kostenlos und nicht kostenlos sind. Da schauen Sie direkt wieder in die bereitgestellten Links. Und dann tun Sie das bei einer Website hochladen, die darauf spezialisiert ist, Podcast anzubieten. Also podhost.de, savecast, etc. Oder Sie veröffentlichen das Ganze über den Webserver auf einem eigenen Webspace. Also wenn Sie zum Beispiel ein eigenes WordPress haben. Bei uns würden Sie das tatsächlich im Grunde hier über die Blogfarm der unimachenblog.uni-bremen.de Möglichkeit B ist das integrierte Produzieren und Veröffentlichen. Da geht man auf eine Plattform, spricht seinen Podcast ein, erstellt das dort und hat es dann gleich da auch hochgeladen. Das sind so Dienste wie Screener, die wir schon gesehen haben für Screencasts. MyPodcast.com, HitCast. Da gibt es einige Dienste, wo Sie sowas online aufnehmen und dann gleich auch publizieren können. Das macht die Sache natürlich noch viel einfacher. Wenn Sie sich sagen, das finde ich eine spannende Sache, dann gibt es ein paar erste Hilfen dazu. Einmal auf Podcast.de, das ist das deutschsprachige Podcast-Portal. Es gibt eine kurze Wissenscollage zu Podcasten, die ist mal von Thomas Bernhardt erstellt worden. Und es gibt Tipps, Tricks und Ideen auf dem Podcast-Speaky, Hilfe auf dem Portal Podster und auch noch Do's und Don'ts der Unikobenz. Also da würde ich mal nachschauen. Ich finde es toll, wenn wir ein paar Podcaster demnächst begrüßen könnten in unseren Reihen. Wie gesagt, ganz spannend finde ich, dass einmal für so ein internes Ideen festhalten, aber auch in so einem Dokumentieren, gerade von Projektarbeit, wenn Sie Experimente machen etc. Das kann wahnsinnig spannend sein für andere Leute sich das auch anzuschauen, die gegebenenfalls in dieselbe Richtung was machen wollen. Für zukünftige Studentengenerationen auch sehr, sehr interessant, innerhalb von einer Arbeitsgruppe jedenfalls auch, wenn man an verschiedenen Orten arbeitet und dann den anderen dokumentieren will, was man momentan macht. Wie immer die Quellen und das war die erste Episode länger als die anderen, die nächsten dann wieder kürzer. Okay, tschüss.